hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge farcry 2 single player mit mir den bahamut und in der letzten folge haben natürlich ein paar diamanten gesammelt wir haben auf jeden fall uns mit missionen beschäftigt mit so einer mission die von strom was kam mal anruf gekriegt haben wir eine zielpersonale nicht und jetzt immer auf dem weg laut korte natürlich um uns wieder ein portiamanten anzeigen und natürlich und diesen waffen transport zu besiegen ich guck gerade auf meine schlaue karte und sehe hier in der gegebung 1 2 3 diamanten und wenn wir uns die drei diamanten holen können wir auch klein zwei außenposten einnehmen und wir gehen erst mal zu dämmen da jetzt auf der korte von uns aus links ist und dann gehen wir zu dem unten drunter und zwischen den zwei außenposten ist in diesen niedlichen kleinen fluss noch eine kleine insel dort drauf ist auch noch einer und die holen wir uns jetzt und man gucken machen das war schön dass wir eingeschaltet habt und mich hier in der glühenden hitzeafrikas begleitet und ja lange gekostet und jetzt ganz schnell zum außenposten wir haben eine schrotze mit eine pistole und immer eine mariete mal gucken die muss angehen haben wir ihn schon gefunden oder was gehen wir hier unten lang am wasser ich weiß ich würde mich hallo da die schrotzen gehen schon gut ab muss ganz alles was ist denn ja der hat auf jeden fall der sniper die nehmen uns jetzt mit weil ich denke da kann man da oben will was reißen außerdem renne ich mit den dingern sowieso am liebsten rum so müsst ihr denke ich mal so wie ich das von meinen privaten durchspielen können das war freigeschalten außenposten müsste genau unsere brücke seiner diamant rutsch 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 ja ich höre schon da ist er 92 kommen schon meine fresse wir sind gut wir sind sehr gut so jetzt gehen wir runter zu da lang einfach im fluss noch und dann kommt auf jeden fall eine kleine insel ab in spiel und da haben wir uns auf jeden fall noch einen diamanten holen wie ich eben vorhin schon sagte ein baum im wasser wir müssen noch ein ganz schönes stück hier rüber der insel müsste es dort vorne sein die kurve und dann können wir noch mal hier gucken geradezu müsse dann die insel sein wird dann unser nächstes cover da ist die insel da hinten scheint auch noch so ein turm zu sein wo wir uns einen job geben lassen können der durch die klug haben wir uns auf jeden fall noch ein paar roten diamanten holen definitiv hier ist der cover schon so in der mittel der insel schätze ich für die die jetzt wieder das verfolgen und selber diamanten auf diamanten jagd gehen könnt ihr übrigens mal in die kommentare schreiben ob ich das bei eurem eigenen privaten spiel geholfen hat hier die suche nach unseren roten diamanten ich würde mich auf jeden fall freuen wenn es ist da manche dann eben doch nicht allzu leicht zu finden sind ich gehe mal zum nächsten außenposten machen dann noch platt und da nehmen wir aber unsere sniper hinzu gucken wir mal was wir mit der alles so machen können aber ja denn ich dann ich es ich das büscher oder was? das hier jetzt hat man ein kleines auto, brauchen wir aber erstmal, ne? die haben mich auch schon gehört hier die Facial wo ist denn der Kunde, der hier gerade rüber gerannt ist? äh ist ja echt keiner mehr oder was? kann ja gar nicht sein, dass er echt keiner mehr ist ich seh hier drinnen, okay wir müssen aber nur daran, dass medica dran, um den außenposten freizuschalten gehen wir jetzt einfach hin, wenn der kinder ist, ne orschulecken, ey kenn die mich mal da ist er sehr gut lebt ja noch? ne hier ist okay noch mehr? doch hier ist noch einer da hinten nehm wir uns auch mal ein Sturmgebirn mit so jetzt hier unser jawoll 28 scheiße down, okay ja hier müsste irgendwo der Diamant noch sein da, irgendwo hier mal mich raten boah, na klar guten Tag ein Diamanten, na gut, okay für so ne leichte stelle, braucht man ohne drei reinzusetzen so wie ich hab die schlaue Map geguckt die drei Diamanten haben wir jetzt und jetzt wird man einfach runter zu gehen gerade runter zu und das sind auch schon wieder da ist nämlich ein Schakal Tape und zwei Diamanten also hier gerade runter zu das machen wir jetzt auch wenn wir uns ein Auto nehmen hm ja können wir eigentlich machen hier ist ein Jeep und hier ist noch irgendein Spacken der er will und tschüss hier, hier müssen wir gleich wieder anfangen das Licht zu blinken da ist es irgendwo hier irgendwo hier hier, hä? bei dem Auto? ne auch ne, verdammt dann holen wir uns mal unser schlaues da hier hier oben ist er gut, okay wir müssen nur den Berg laufen so, nächster hier ist für uns 21 Diamanten jetzt schon wieder auf der hohen Kante oh, hier haben wir einfach mal Richtung Waffentransport und den nächsten Diamanten und Schakal Tape Mensch, wir haben aber in der Zeit ganz schön viel wieder erledigt wir müssen sowieso auch mal Riese wir haben auch voll überfahren, also mal ohne ohne zu zucken wartet wir müssen erstmal hier rüber um uns diesen äh Posten noch freizuschalten so, hier brauchen wir unsere Gefährten gehen einfach mal rüber da ist nämlich noch auf jeden Fall immer auf jeden Fall mit auf unsere Liste der besuchten Orte setzen ich komme mit ah, jetzt komme ich hoch alles granaten haben wir auch noch, wir könnten eigentlich auch mit granaten hier hochwerfen gut, das wars, alles weh mit drei granaten erledigt gehen wir mal ganz kurz rein gehen wir mal ganz kurz rein hallo so, ja, sie können ihr Spiel jetzt speichern in dem Ding, genau so ist es unser Auto noch da jawohl jetzt muss ich ganz ganz kurz mal niesen oder vielleicht doch nicht, aber das krabbelt immer so und dann geht er weg oah, zum kürzen ach verdammt huuuh, was ist das denn? ott free steel free steel schwimm njv scheues please ge weg ne sch갑 koff so hier ist der nächste diamant bei dem baum tötet in der auto das noch quallen und dort ist auf jeden fall noch ein diamantkörper hinten drauf freunde hier so und jetzt jetzt gehen wir einfach mal so ein charcoal tape das ist nämlich hier drüben so da haben wir hier ein flugzeug was abgestürzt ist und hier ist auch das nächste tape was ich euch jetzt auf jeden fall zum anhören gebe und damit ich euch viel spaß und mal gucken macht diesmal zu sagen hat viel spaß tja er hat sich sein leben so vorgestellt als waffenhändler dass er sich wenn er waffen verkauft wenn er gerade mal in die misere kommt hier wie jetzt hier in afrika an zwei seiten machen zu verkaufen für ihn ist es mehr profit wenn man sich auf irgendeine seite schlafen würde würde die andere seite keine waffen mehr von dem koffen und er hatte so weniger ausbeut er hat schon recht mit dem was er macht aber das ist eben da sind eines waffenhändlers und auch versucht eben dort irgendwie viel viel geld zu machen wo sich so lohnt und das ist für ihn so wie ein schlafen land gerade weil alle alle beide seiten also die uf l sowie die app eben waffen brauchen und von daher habe ich gehabt so wir fahren jetzt richtung waffentransport wollen wir doch mal gucken ob wir denn nicht ein bisschen ramponieren können ich würde sagen wir verstecken uns beim ne beim airfield ne wir verstecken uns bei dem diamanten erstmal wo wir den gefunden haben und warten bis der waffentransport einfach zurückkommt und wir einfach entgegen können eigentlich ein stück entgegen kommen das hat er aus nur von da ist eigentlich egal wir können oder noch mal zu dem unterstück hier drüben fahren kann man auch mal ganz ruhig zum motto schluck das ist sehr gut da kann man den kommenten damit freischalten da ist er krisen das ist ganz geschützt oder was kannst du vergessen so jetzt kommt der waffentransport passt auf da kommt von da haben wir hier in der nähe vielleicht irgendwo einen diamanten der man dabei holen können ja wir haben beim airfield aber das oh mein gott so da kommt dann der waffentransport ich müsste nur wissen oder genau lang fährt das wäre schon mal gut einfach granaten entgegenwerfen würde ich sagen dort oben sitzt er noch drauf ist doch hoch stand vom airfield wo dann auf jeden fall gleich hingehen es wächst im diamanten da man dann noch brauchen ja 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 mal als deckung wo ist er da oben ja laute hängung laute hängung ist er jetzt schon tot oder muss man doch nochmal hin ne da müsste tot sein ja das tut ok wo ist der kurier hier müsste irgendwo den teilwagen stehen ist da weggefahren oder was dieser pisser ist echt weggefahren oh mein gott ich dachte da wer tot hat ja ab ne da fährt man ziemlich schnell wir laufen da wieder entgegen da kommt er sowieso hier hinten rum ey alle da haben die uns ne warte mal wir machen das ganz anders Freunde der wird definitiv drauf geben pass mal auf die 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 der die 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 ja du kranker bastel da kommt auch da ist auch gleich lang da kommt ja lang und jetzt freund das war's erledigt ich glaube da ist immer reparabel das war's ja da brennt jetzt geht er gleich hoch geil so jetzt gehen wir zum airfield jetzt holen wir uns noch den diamanten und dann würde ich sagen beenden wir die folge für heute auch weil wir ziemlich viel mal geschafft haben auf jeden fall aber gucken wir erstmal okay okay ja Ja, das kann doch wohl auch so! Wir gehen drumrum! Das ist nur in Deutschland, oder? Ich hab ne Leuchttrakete hoch! Eine Leuchttrakete will da hochschieben. So dämlich, ey. So dämlich, ey. Mit der Lauterhemmung. Ok, der hat gesessen. Müssen wir uns jetzt hier irgendwo durchschlagen. Ok, das geht mal hin. Müssen wir nur gucken, wie dieser Scheiß, äh... Hier drinne? Juhu! Ja, in diesem Container neben den Gebäuden 97 von 221 Diamantkoffern. Und dort oben ist er, der Sniper. Den holen wir uns. Der ist down. Ok. Geh mal hoch, gucken. Vielleicht liegt irgendwas, äh... Gutes da. Von wegen des Sniper. Vielleicht haben wir ne gute Sniper oben. Nen ist in der Alter. Und das Ding, guck euch mal die Waffe an. Weiße! Äh... Ja, du reinste Wohnzindü! Neue, oder? Scheiß doch, die nehmen wir trotzdem. Gut. Landebahn, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, hier oben beenden wir doch unsere Folge. Es war mir eine Ehre, wieder mit euch, äh... hier durch die, äh... glühend heiße... Paris-Afrika auszuziehen. Wir haben auf jeden Fall viel, äh... geschafft und, äh... Und, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen und einen Kommi da. Das würde mir auf jeden Fall, ähm... Gefallen und weiterhelfen. Und, ansonsten, noch einen frohes Nachladen mit der Kimme und dem Korn. Euer Paarmut. Tschüss!